Warum hast du nicht zurückgewunken, als ich dir heute gewinkt habe? Ich war heute auf einem sehr, sehr starken Pferdeberuhigungsmittel. Ich habe keinem zurückgewinkt. Außer vielleicht einem Pferd. Hä? Was quatschen du da? Nur Pferdescheiße. Bist du Amerikaner? Ja, aber halt mir das nicht vor. Tja, das ist meine Entscheidung, oder? Bist du auch aus Amerika? Nein, ich bin aus Amsterdam. Amsterdam? Amsterdam, das ist doch der größte Puff der Welt, oder? Ja, deswegen bin ich nach Brücke gekommen. Ich habe gedacht, dass ich hier mehr für meine Muschi kriege. Hä? Jetzt war es halt schräg. Wollt ihr ein bisschen Kokain? Ich habe auch ein bisschen Acid und Ecstasy. Wollt ihr ja früh auf будуdecken. Und Obviously mit einem Önbug, der Nummer istbreaker. Wollt ihr sie?